Jonas, aim ab. Ich will reinputzen. Mach. Und klick. Achtung, Alokpa! Cheat! Ich fühl's hier vorne nochmal rein. John, geh weg vom Fenster. Nicht, dass ein Abpraller kommt. Ja, mach. Das aimt du, aber ich mach mal schon mal raus. Achtung, hinter euch, Tapkan. Hinter dir! Hier unten ist Sieger. Was geht denn jetzt? Im Gang. In welchen Gang? Wo noch ein Gegner übrig. Die Barna-Ladung abgefangen. Hauptlobby. Küchendropper. GG, Digga. Oh mein Gott, Digga. Oh mein Gott, Digga. Schade, nicht pieken, Digga. Der aimt dich ab. Treppe. Richtung Schneemobil. Er soll mich nur ab-aimt. Ich komm von oben. Unten ist Ash. Der hat die Cam eh gesehen. Der die normale. Ein Gegner verbleibt. Ich dachte grad schon, ich hab die IKs. Draußen, Hibana. Draußen. Ach, ich hör die oben. Naja. Nein, sie ist auch oben. Digga, kunst doch nicht. Leise. Ich bin safe. Leise. Digga, ihre Augen, alter. Absolute Ruhe, alle stumm. Dankeschön. Immer noch oben. Okay, stummig. Ich hör nichts. Ich hör nur n'rauschen. Dropper. Sofi. Der Gegner eliminiert. Wir sind beim Raum. Oh mein Geist. Hat er jetzt... Genau das... Ja, weil der verstärkt ist, alter. Geh, warte, geh weg. Ja, jetzt wissen die Bescheid und ich sterbe. Ein Gegner verbleibt. Ja, moin. Nice. Julian, Digga. Oh mein Gott. Wie auseinander, Alter. Sohn Junge. Oh mein Gott, Digga. Ey, das war so nice, Julian, Alter. Oh mein Gott, Digga. Ja, aber... Jäger, woher hattest du die Tarnung? Verloren. Komm. Ähm, die ist tot. Die Gegner sichern den Bio-Gefahrgut-Behälter. Sie müssen eingreifen. Sie haben... ... die Behälter zu sich an eingestellt. Da war nur sein fucking Kopf, Alter. Beast-Modes! Aaaaah! Aaaaah! Ja, Ash mein ich. Ash ist Sunrise. Also auch Sunrise Blue Bar. Seinen Durchgang gemacht. Schüsse davor, weiß. Von oben. Pass auf. Wo aufgesprengt wurde. Ash ist Hauptentür. Also... ... das wollen wir eigentlich. h- Und noch der eine oben. In seinem Fenster jetzt. Warte, hier war einer auch noch vor dem Fenster? die sind beide dort leider war verletzt er hilft ihm jetzt er hilft ihm jetzt das locker claymore oder ich will es nicht machen warte die kommen wenn ich beide jetzt von den sunrise weil ich weiß es nicht 10 10 10 sekunden noch jungs das sind solche die von treppen das fenster ist offen jetzt aufgemacht fängt das schon wieder an dass alle sterben noch einer ist auf jeden fall im raum den höch einhör ich noch aus noch ein gegner übrig jungs schickt doch mal ich gucke euch das anbieter bitte ich habe die hinter mir eine cam ja hier bahn hat es von vorhin nur noch 15 sekunden kein waschen pass auf zeit läuft in 10 sekunden ab zwei seiten noch vielleicht da ist rein oh mein gott ich pass von hinten auf oder jungs guckt mal cam ja ganz wichtig okay habt ihr ja ja waldkrieg kommt waldkrieg kommt waldkrieg hat cam geschossen komplett danke für den call digga aber cam ist kaputt ne ja ja egal ja bis dahinter hihihi 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 ich glaube was von hinten da muss hihihi 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 guck mal er kriegt wieder keine kills hier ist jetzt nur ein bisschen beruf weiter zu seiner position betrifft sich an letzter verbleibender Gegner man kriegt hier keine kills man hihihi hihihi Ey, ich hab auf die Nett gewartet, ja? Die wollten nicht rauskommen. Da bin ich halt gekommen. Jetzt kann ich zum Raum kommen. Hey, von hinten kommt das. Wo war der? Das Fenster war Twitch, glaub ich. Ja, die können da aber nicht durch. Hinten, hinten kommt noch was bei mir. Hinten ist ein Twitch. Von vorne, Garage. Im Blue Gang kommt was bei der anderen Kessel. Da ja, die Twitch nicht. Da ja, die Twitch nicht. Nein, lass, lass. Schieß nicht, schieß nicht. Schönen. Holt dir erstmal die Twitch. Der ist echt. Der ist vorhin wieder Blitze. Dann ist der letzte, der Thatcher. Letzter verbleibende Gegner. Lobby, ich stehe treffe frei. Ja, dann guck du nach hinten, dann gucken wir mal, wie ist das. Er kommt, er kommt, er kommt, er kommt, er kommt, er kommt. Er kommt, er kommt, er kommt, er ist. Boah, Digga, Mann. Boah, Digga, Mann. Boah, Digga, Mann. Die haben wir nicht gedroppt. Nee, nee, der heimt doch ab, Mann. Sei doch mal leise, ey. Wie oft soll ich denn das noch sagen? Junge, ey. Ja, unten, die wollen jetzt alle den Glitch rein. Guck sie dir an. Die wollen alle. Sind sie drin? Alter, als ob. Oh mein Gott, Digga. Oh mein Gott. Jungs, weißt du, was wir machen? Wir gehen außen rum. Wir werfen eine Rauchnade. Wir werfen Rauchnade und gehen ganz in die Ecke. Die kommen dann gar nicht. Die können uns nicht abwandern. Warte, wir müssen woanders spawnen. Pusht. Pusht. Guckt euch das mal an, ey. Guckt euch das mal an, ey. Das ist krass. Digga, das sind so Freakids, ne? Oh. Ja. Du bist zum wahrsten Sonne. Nice Jake. Der hat die Sache rausgeholt. Mit Rauch. Mit Rauch, Mates. Is. Oh shit, Alter. Nice Jake, Alter. Ohne Witz haben sie verdient, Alter. Sehr schön. Und jetzt? Ja, jemand ist noch unten. Bei mir. Die haben auf jeden Fall Kasse. Ey, schlag nicht gegen den Shit. Ist. Ja, bei mir auch. Ich gebe ihn jetzt. Einer ist auf jeden Fall bei mir. Zwei Glitches ist er. So, chill, Jungs. Ich geh in den Raum. Ganz ruhig. Ich mach das. Ey, lass mich den letzten neifen. Chill, Jungs. Oder egal. Fick den einfach. Falls ihr den seht. Bei mir. Ein eigener Tod hat Gegner. Twitch Drohne. Die Gegner. Die Gegner. Rechts von dir, Jonah. Kommt jetzt. Puschen alle. Auf der Treppe rum. Fahne. Ich sag nicht, dass die ein Header gibt. Hinter dem Ding. Sofort eingreifen. 10 Sekunden übrig. Jäger, aim da. Rechts ab. Geh rein. Mann, Digga. Ich leide aim ab. Jäger, auch links. Links, links. Links, Jonas. Komplett links hinten. Links. Links. Und links hinten. Sehr schön. Aber ich bin auf... Alter. Das darf keiner mit... Nein. Ihr seid so schlecht, Alter. Killer. Da war ich nach oben. Was macht ihr unten, Alter? Oh, ich scheiße auf die, wenn die unten ist. Dann geht die nach oben. Fertig. Dropper aufmachen. Was, das... Das juckt doch keiner, ob die unten ist, Alter. Die kann da unten gammeln, das juckt mich nicht. Dropper aufmachen, los. Ich glaube, hier kommt wer rein. Dann mach du mal mit Ash auf. Ich hab keinen Bock Turn-Up drin. Das heil ich an. Wie soll er das mit Turn-Up... Wie soll er das mit Ash aufmachen? Nein. Ich dachte, er meint oben den Dropper aufm Dach. Vakery ist nach oben. Lass sie weg, we can. Warte. Mach. Oh mein Gott, Digga. Im Zug, im Zug. Guck hin. Doch, Alter. Ich bin Tutarilli. Ich lade nach. Lade neues Magazin. Ist die ganzen ganzen Gegner? Nein, ne? Du kannst so viel aufhalten. Ey! Oha, der kommt recht mit Kompakt, ey. Ey, mach mal die Tür auf, bitte. Mach mal die Tür auf, bitte. Schli, schli, schli. Wer hat nichts? Dennis! Ey, du Missgeburt. Hörst mal bitte. Ey, Ollo, mach die Tür auf. Wallah, komm. Die kommen alle, alle. Achtung, die kommen alle. Ich schwör, wirf C4, ich schwör. Nur noch ein Regen. Das ist total kontrolliertes Boden. Ey, ich krieg gar kein Kill. Ihr seid so missgeburten, Digga. Weißt du? Der, 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 der sagt, sag mir, mach die Tür auf, ich will rein. Ich geh raus, messer den Blitz. Oh, super.